Musik Mein Name ist Kirsten Kümbel, ich bin 19 Jahre alt und mache bei der Firma JUMO GmbH & Co. KG eine Ausbildung zur Industrieelektrikerin für Geräte und Systeme. Musik Zu meinen Hauptaufgaben während der Ausbildung gehören das Montieren, Prüfen und Kalibrieren von elektrischen Geräten und Systemen. Musik An meinen Tätigkeiten gefällt mir besonders, dass sie abwechslungsreich und vielseitig sind und dass ich während meiner Ausbildung umfassend betreut werde. Musik Musik